Hallo Leute, wir sind zurück, wieder bei Rumbleverse im Rumble-Universum und wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen gerne mal unter die Top 5, also 5 ist nicht mehr drinne, wir wollen drunter. Wir wollen unter die Besten kommen, da ist eine goldene Kiste, da gehen wir runter. Und dieses Ziel versuchen wir heute anzustreben, vielleicht schon in dieser Runde, wäre natürlich der Shit. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich das nicht eingesteckt, aber ich brauche es ja gar nicht einstecken. So, jetzt machen wir erstmal, ja nehmen wir mit, hoher Schaden nehmen wir mit, aber es ist eigentlich ein grünes Buch. Egal, nehmen wir trotzdem mit. So, nächste Kiste, erstmal looten, oh hier sind aber einige gelandet. Also diesmal wird das wahrscheinlich nicht so leicht, dass wir uns erstmal bis in die Endzone reinschmuggeln. Ich will das immer werfen, ich will das immer werfen. Oh, das ist gut, Angriff. So, wo haben wir hier noch Kisten? Da ist noch was. Den snaggen wir uns. Den nehmen wir auch erstmal mit. Weil wir wissen ja nicht, was für zwielichtige Gestalten hier rumlaufen, der Golfschläger ist besser. Wir bleiben beim Golfen. Chicken wollte einer nicht haben. Nehmen wir mal mit. Oh, der Ring verkleinert sich. Die Zone kommt. Hier ist einer auf dem Dach. Hinter mir. Ist hier runtergesprungen. Ah, scheiße. So, ich wollte nur einmal ein bisschen Stunk machen. Oh, das war jetzt aber nicht schön. 9, 8. Ja. Wir haben schon gezählt. So. Ausdauer. Nehmen wir mit. Ah, ich habe ihn noch gesehen. Was ist denn der für ein Geil? Ein Octopus. Cool. So, wir gehen erstmal weiter. Wir wollen ja noch eine Weile überleben. Er kommt. Ja, er kommt hinterher. So ein Nubble. Guckt hier nur ja in diesen Babu. Oh. Oh. Haben wir das gleiche vorgehabt? So, jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen wegkommen. Von dem Mutschkoden. Ich glaube, der will sich auch gar nicht mehr prühen. Der ist ein bisschen low life. Oh, oh. Scheiße. Das war nicht gut. Okay, wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Oh, ich habe ja auch nicht mehr viel Leben. Oh, jetzt habe ich ihn sauer gemacht. Jetzt kommt er. Nein, Alter. Der hat mich so von hinten gef***t. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich mich Hetro nennen kann. Das ist ja. Scheiße. Okay. Wir holen noch den Win. So, die Runde eben gerade war ja ein bisschen semi-optimal. Um nicht genau zu sagen, dass sie scheiße war. Aber ich bin zuversichtlich. Wir kriegen das hin. Unter die Top 5. Optimal Top 3. Top 1. Oh, es sind da viele Goldkisten. mit Kisten. Weil da wird wahrscheinlich jeder hinfliegen. Genau deswegen. Ich nehme hier einfach die Kiste und den Automaten. So, hier haben wir noch ein Buch. Das können wir auch gleich studieren. Haben wir gemacht. Energy. Snacken wir uns rein. So. Kiste. Haben wir ein bisschen mehr Ausdruck. Oh. Das nehmen wir erst mal. Und denn wir haben Kick oder Schlag ist immer schneller, ne? Deswegen nehmen wir den Schlag. Oh. Hier ist ein Gegner. Das ist nicht schön. Das snacken wir uns. Den snacken wir uns. Jetzt haben wir zumindest von hierhin schon mal ein. Hähnchen. Stecken wir ein. Stuhl nehmen wir raus. Wo ist er hin? Okay. Keiner mehr da. Es ist tatsächlich niemand zu diesem Tower. Doch, unten. Unten ist Heckmeck. Gehe ich woanders hin? Der Ring ist schrinkend. Mensch. So. Ja gut. Buch drauf geschissen. Ich will jetzt meinen Counter nicht versauen. Haben wir nur neun Sekunden. Ja, aber zu den Dudes will ich jetzt auch nicht hin. Ich hab ja eigentlich noch nix. Zwei grüne Bücher. Vier Tränke. Schon ein bisschen mage. Da ist eine goldene Kiste auf dem Baum. Das war's. So. Jetzt aber. Zumindest den Trank können wir gebrauchen. Und das Hähnchen. Hähnchen nehmen wir auch mit. Sterne. Komm, ein bisschen mitnehmen. Wo war hier? War hier nicht noch ne goldene Kiste? Nee, das ist nur die Tonnen gewesen, ne? Oh. Oh. Okay. Äh. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Hähnchen. Fressen wir gleich. Fressen wir gleich. Und weg. Und weg. Und weg. Gar kein Hackmick machen mit der Alten. Wenn die meinten, die wir die Kisten haben, soll sie sich erstmal gönnen. So. Au. Lila Buch. Wahnsinn. Nehmen wir das noch mit. Den trinken wir erstmal. Nee. Will ich nicht. Nee. Will ich nicht. Okay. Hier ist nichts drin. Gut. Was nehmen wir mit? Wir können den Stuhl eintauschen gegen Hähnchen. Das ist, denke ich, mal eine gute Wahl. Und dann nehmen wir den Basie mit. Schön. Ah no, Basie. Na, ist die schon wieder? Die spinnt doch. Wo ist ihr Problem? Wo ist ihr Problem? Ey, guck die jetzt, wenn sie den Stuhl auf den Kopf werfen kann oder was. Haha. Schade. Basie kriege ich nicht hin. Wie funktioniert denn das hier? Keine Ahnung. So, wir könnten jetzt einmal noch rüber zum Kran. Hier ist nämlich auch noch eine Kiste. Nein, mein Basie ist runtergefallen. Okay. Nehmen wir mit. Hier haben wir noch blau. Jetzt haben wir bald das Lilo. So, Top 5. Äh, nee. Unter die Top 5. Also noch besser als Top 5. Da wollen wir hin. Komme ich da rüber? Muss ja, ne? Das ist aber knapp. Oh, Paradies. Was haben wir hier? Angriff. Läuft. Die Runde könnte es klappen. Die Runde könnte es klappen. Golden. Nehmen wir mit. Zwei Slots haben wir noch frei. Die würde ich auch gern für Angriff nehmen. Ne, oh, die Dicke ist hier. Da ist noch eine. Das ist vorhin jetzt aufs Auto geklatscht. Ja, die würde sich jetzt schön mit meinen Büchern ausstatten, die ich ihr da schön ausgepackt habe. Warum komme ich hier nicht hoch? Hallo. Halt dich doch fest. Oh, ich hänge hier fest. Ah, na gut. Müssen wir uns ein Hähnchen snacken. Eigentlich zwei, wa? Damit wir ganz voll sind. Okay, ein Thema. So, jetzt einmal nach oben. Okay, hier ist alles safe. Jetzt gehen wir rüber. Taktisch. Wir müssen taktisch spielen. Können wir die noch... Oh, hier. Guck mal. Da können wir uns doch gleich wieder ein bisschen was einsnacken. So. Stuhl brauchen wir nicht. Das Hähnchen nehmen wir noch mit auf die zwei. Okay, wo haben wir hier einen? Ich mache mal einen Plastikknüppel am Kopf. Komme ich da hin? Ja! Perfekt verdient. Wachenmeister. Wie geil ist das denn hier? Ich habe nur einen Stuhl. Können wir auch noch schmeißen. Wir mischen uns von weiter weg ein. Sniper. Kran ist im Weg. Ja, das war nix. Ah, gegen den Zaun. Gegen den Zaun. Oh, die Zaune kommt. Oh, zu weit. Das hat jetzt natürlich gekostet. Okay, erstmal aufladen. Ich bräuchte noch zweimal Angriffstränke. Dann wäre ich eigentlich ready, dass ich mal ein bisschen fighten würde. Im dichten Geschehen. Dann haben wir nur einen Beruch. Alter, Junge. Ja, schön. Der Ring verkleinert sich. Ja, ich kriege hier voll auf die Fresse. Ich werde ausgezählt. Ich komme nicht mehr raus. Er lässt mich nicht raus. Ja. So, Kollege. Wie findest du das, wenn du da draußen bist? Oh, Mann, ey. Bin auch im Arsch. Oh, bisschen Kontenors. Ab ihn. Oh, 424 Schaden. Und weg hier. Okay, wir sind wieder voll. Ich bin noch nicht... Oh, ein roter Trank. Ja. Oha, das tat weh. Oh, gib mir eine Chance. Tötet mich nicht. Ich muss in die Endzone. Ich muss mir hier ein Best of Five erschummeln. Wir sind noch 6 Leute. Ja. Es muss doch mindestens einer draufgehen. Woher kann ich hier nicht runter. Uh, das war knapp. Das wäre es ja jetzt gewesen. Auszählen lassen. Okay, wir gehen jetzt rein. Es sind nur 5 am Leben. Jetzt erkämpfen wir uns hier am Platz. Oh, wir sind so geil. Wir sind so clever. Wo sind die denn? Da hinten. Komm ich hier hoch? Äh. Komm ich hier nicht hoch. Ich bin zu blöd, hier dieses Schild hochzuspringen. Aha. Genau. Hier wollte ich hin. Habe ich gar nicht mehr ausgewählt. Wo ist meine Basie? Oh, die wollte ich doch werfen. Nehmen wir uns noch ein bisschen HP mit. Nee. Ja. Okay, jetzt geht es ums Ganze. Wo ist er? Er ist runtergejumpft. Die sind alle runter jetzt. Ich bin der Einzige hier oben. Ja, ihr macht mal. Also wie es so aussieht, die können sogar Top 1 werden, wa? Hä, 4 Leute am Leben? Wo ist denn der letzte? Das sind doch nur 2, die sich da mützen. Oh, wir nehmen nochmal unser Hähnchen. Snacken nochmal rein. Oh. Nein, nein. Ich werde sowieso ausgezählt. Jetzt kommen wir. Okay, okay, okay. Na, ausweichen. Shit. Shit. Shit, nicht hinlaufen. Was mache ich denn da? Hab dich. So, bisschen Damage, bisschen Damage. Wieder rein in den Ring. Wo sind die anderen? Die sind oben. Jetzt muss ich aufpassen. Nicht, dass sie auf mich raucht standen. Hab dich. K.O. Okay, einer ist noch hier. Da war er. Wo ist er hin? Uh. Nein. Alter, ich könnte erster werden. Äh, werden. Wird er sagen, win? Nein. Das ist... Oh. Oh. Jo. Nein. Oh, shit. Okay, er ist oben. Soll er ruhig mal bleiben. Der will mir auf den Kopf springen. Nein, das war so doof. Ja, okay. Hab ich verkackt? Hab ich verkackt? Okay, seh ich ein. Hat er gut gemacht? Nein. Fuck, das wäre meine Chance gewesen. Zweiter Platz. Zweiter Platz. Ich bin zufrieden. Auch wenn wir uns aus vielen Streitereien rausgehalten haben. Ich bin zufrieden. Zweiter Platz ist okay. Für mich ist das okay. Ich hab nämlich nicht so viele Spielstunden hier. Alles klar. Ich hoffe, die Runde hat gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.